Die Kamera im Thermometer eignet sich optimal für den getarnten Einsatz. Platzieren Sie sie auf einem Regal oder montieren Sie sie an der Wand. Legen Sie die Batterien ein und das Thermometer wird eingeschaltet. Verbinden Sie den Akku mit dem Kameramodul und die Kamera ist aktiviert. Die Kamera achtet nun auf Geräusche in der Umgebung. Wenn also Schritte ertönen oder ein Gespräch beginnt, startet die Videoaufzeichnung. So sieht ein Beispielvideo der Kamera aus.